Hallo und herzlich willkommen zur musikalischen Folge Dungeon Talk mit Thomas und Dennis. Yeah. Das war doch mal ein Intro-Sondergleichen. Musikalisch wie noch was. Wir könnten schon fast zu Germany sucht irgendwen. Da gibt es doch jetzt alles. Germany sucht den nächsten Dungeon Talker. Okay. Oder so. Wir könnten die Jury sitzen. Ich wäre so voll, das sind geile Jury-Mitglied so. Ich würde da sitzen und einfach an allem rummeckern, obwohl ich selber nicht besser kann. Okay. Das macht dich zu einem, ich sag mal, nicht so tollen Menschen. Richtig. Aber die kommen doch immer gut an bei sowas. Immer die, die rummeckern, sind doch die, die man toll findet. Ich meine, okay, da steht Bohlen jetzt ein schlechtes Beispiel dafür, weil der konnte zumindest mal gut singen, aber es noch kann, weiß ich nicht. Aber er produziert gut, vermeintlich. Thomas, es wird heute nicht besser. Wir sollten direkt weitermachen und die Leute nicht langweilen. Nicht? Okay. Aber heute geht es doch auch um Musiker. Heute gibt es nicht nur um Musiker. Aber auch. Heute gibt es einen Geschichtenerzähler. O-M-G. Heißt Orangen, Mangos und Gegrilltes. Okay. Ja, irgendwo bestimmt auch das, richtig? Okay, es wird tatsächlich nicht besser. Wir fangen einfach an, Leute. Servus. Hi. Heute? Der Barde. Der Barde. Der Barde. U-U-U. Was macht der? Singt der? philosophisch, der immer mit irgendeinem tiefgründigen Quote irgendwas macht. So, keine Ahnung, für die Geschichte, wo du dich heilen kannst bei der Rast zum Beispiel irgendwie. In der Ruhe liegt die Kraft, meine Freunde. Und dann kriegst du mehr HB dazu oder so. Ja, finde ich nicht schlecht. Ich sehe ihn immer als jemand, der dumm in deine Mutter Witze macht. Ja, das wäre jetzt wiederum der Comedian. Immer. Immer. Irgendwie sind wir heute sehr cringe drauf, muss ich sagen. Es könnte am Baden liegen, aber vielleicht auch an irgendwas anderem. Man weiß es nicht. Aber kommen wir jetzt nur auf den Punkt. Es geht um den Baden heute. Das ist schön. Der Baden ist eine coole Klasse. Ja, kommen wir zu den Stats. Okay, dann direkt rein in den badigen Baden. So, die Stats. Wir haben das letzte Mal beim Barbaren schon angefangen mit dem Hit-Eis. Was kriegt denn der Bade für ein Hit-Eis, Dennis? Natürlich eine Acht. Eine Acht. Natürlich. Natürlich. Was auch sonst? Denn er ist unendlich witzig. Und wenn man die Acht dreht, dann ist es unendlich. Illuminati. Oh, oh. What the fuck? Die Folge wird ultra cringe, Leute. Haltet euch fest. Holt das Popcorn. Proficiencies, Thomas. Proficiencies. Proficiencies. Okay. Gut. Also, Proficiencies. Was kann er denn tolles in der Baden? Mit was kann er denn umgehen? Er hat Rüstungen, aber nur leichte. Klingt logisch. Muss sich bewegen für seine Performances. Deshalb eben nur leichte Rüstungen. Weder mittlere noch schwere. Armfreiheit für die Arme, um seinen Bogen zu spielen. Um zu gestikulieren, auch einfach, wenn er auf der Bühne steht. So, tadaa. Beispielsweise. Beispielsweise. Ich meine, dafür könnt ihr es sicher auch sehen, aber ist egal. Gibt es bestimmt auch Baden, die das tun. Aber nein, in die Richtung gehen wir jetzt heute nicht. Okay. Waffen. Tja, Waffen kriegt er eigentlich nur stinknormale Waffen. Dazu kommen dann Handcrossbows, Longswords, Degen und Shortsorts, kurz später. Schön, dass du jetzt alles auf Englischklassen hast, außer Degen. Und einfach Rapier übersetzt hast. Nee, Shortsorts habe ich, ja. Ja, Shortsorts ist auch Englisch, Dennis, ja. Ich weiß, klingt komisch, aber... Ja, aber hinterher Kurzschwerter dazu gesagt. Na gut, lassen wir mal so. Ja. Gut, also, wie du schon richtig sagst, er hat jetzt so die Ultra-Fancy-Waffen, die ganz normalen halt, die simplen, mit denen er umgehen kann und diese vier besonderen. Aber, ja, greifen wir ein bisschen vor. Dadurch, dass er auch ein bisschen eine magische Klasse ist, sind die eigentlich auch ausreichend. Ja, also es gibt zwar, kommen wir später dazu, auch dementsprechend andere Pfade. Natürlich. Da bekommt es dann eh mehr, von daher. Es war aber standardmäßig eben nur die vier plus die ganz normalen. So. Und dann natürlich für ihn ganz wichtig, Tools. Er kriegt insgesamt drei Musikinstrumente, mit denen er umgehen kann. Ja. Ist halt so... Aber Fantasie, freien Lauf gelassen. Genau, für den Klassiker-Barden, wenn es tatsächlich einer ist, der ganz normal Musik macht. Natürlich gibt es die Vorgegebenen vom Player's Handbook, aber prinzipiell, ich denke, da wird es keinen Dungeon Master geben, der sagt, oh, aber da steht das Instrument nicht in der Liste, deshalb bekommst du das nicht. Ich glaube nicht, dass man sich da so drauf versteifen muss. Ja, tatsächlich lasse ich als Dungeon Master mit mir reden, wenn jetzt jemand überhaupt nicht singen oder sonst irgendwas will in einer Kampagne, was halt manche verlangen oder gutheißen oder was weiß ich, dann sage ich auch ganz ehrlich, wenn ihr kein Musikinstrument spielen wollt, dann könnt ihr da auch was anderes aussuchen. Ja, absolut. Weil ganz ehrlich, so einen sinnfreien Proficiencies da zu haben oder ein Tool in dem Fall zu haben, bringt ja auch nichts, wenn da halt steht, ja, ich kann damit umgehen, aber ich benutze es halt niemals, ist es scheiße. Jo. Deshalb, seid flexibel, redet mit euren Spielern, hilft immer. Gut. Dann. Saving Crows. Ja, Saving Crows. Geschickt. Charisma, genau. Ja, wie er schon wieder das englische Wort benutzt. Ja, 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 ja. Charisma ist halt auf Deutsch und Englisch das Gleiche, was soll ich jetzt machen? Okay, true, alles gut. Nee, spricht eigentlich für sich selber Charisma, ich meine, er muss performen oder sollte performen können, sollte eine gute Geschichte erzählen können, Dexterity, ich meine, er sollte ein Musikinstrument gescheit spielen können, sollte damit ein bisschen geschickter sein, von daher erklärt sich von selber. Irgendwie wahr. So, Skills, kann er sich drei Stück raussuchen, frei, auch cool, nicht irgendwie was vorgegeben. Ja, spricht eben auch da wieder für die Vielseitigkeit von Umbarden, wir haben schon gesagt, man kann ihn halt in viele Richtungen spielen, man kann es eben auf die ganz normale Weise lassen und diesen normalen Musikanten, der den Frauen hinterher steigt, spielen. Hat auch seinen Reiz, keine Frage, aber hat halt auch alle anderen Möglichkeiten, in irgendeine Richtung zu gehen, sei es eben, wie gesagt, Geschichtenerzähler, Poet, Philosoph, etc., pp. Und da ist es eben schön, wenn man Skills ordentlich verteilen kann. Jo, er ist halt so, ja, all-rounder, würde ich sagen. Ja, richtig, gerade in Sachen Skills. Aber das war es schon wieder bei Proficiencies. Richtig, reicht doch auch. Ja, ich meine, mehr geht immer. War klar, dass der jetzt kommt. Oh ja. Aber mehr, mehr, er kriegt ja auch mehr, was kriegt er denn am Anfang alles? Sein Start-Equipment. Oh, der hat so viele Auswahlmöglichkeiten, das ist nicht schön. Normalerweise hat man ja immer so eine Entweder-Oder, er kriegt also zuerst mal seine Waffe, entweder ein Degen oder ein Langschwert oder irgendeine andere Stupid-Weapon. Mit Stupid meint er Simple, nur für den Rest. Ja, genau. Genau, und dann kann er sich noch Pakete aussuchen. Einmal das Diplomaten-Paket und einmal das Entertainer, also Unterhalter, nein. Ja, Unterhalter. Unterhalter-Paket, okay, ja, das Unterhalter-Paket. So, was ist denn da drin? Gucken wir doch mal. Diplomaten-Paket. Genau, dem an, erzähl mal. Ähm, knapp 45 Gold, also 39. Ähm, außerdem um die 5, äh, blablabla, ja, genau. Jetzt sind es plötzlich nur noch 35 Gold, dieser Bardic gibt ganz schön schnell sein Gold auf. Zack, ja, so ich sag, Inflation. Äh, hat halt so eine kleine Truhe, um das überhaupt mitzuschleppen. Ähm, dann zwei, so, so, ähm, Rollen für Karten, wo man sie drin verstauen kann. Ähm, dann noch ein größeres, oder, ja, was heißt ein größeres, ähm, ein protzigeres Set an Klamotten, also Fine Clothes. Dann Tinte und so ein Tintenfeder, Tintenfüller, sowas in der Richtung. Eine Lampe, zwei Öl, ähm, wie nennt man das? Fläschchen, genau. Dann halt noch Papier auch, fünf Stück davon. Natürlich Parfüm. Tja. Was soll das anderes sein, um seinen Brief dann natürlich zu parfümieren? Ähm, außerdem so, so Wachs zum Versiegeln und Seife. Ist wichtig, dass man sauber bleibt. Immer sauber bleiben. Sauber bleiben, Leute, sauber bleiben. Genau, und das wär's Diplomatenpaket, für das ihr euch entscheiden könntet, wenn ihr einen Euchenbaden erstellt. Oder eben, wenn ihr sagt, nee, ich will tatsächlich so in die Musiker-, in die Schauspieler-Richtung gehen und den Entertainer machen, könnt ihr eben aufs Entertainers-Pack gehen. Das ist einmal 40 Gold, äh, für die ganze Geschichte. Und hat einmal dabei einen Rucksack, eben damit ihr alles verstauen könnt, wenn ihr auf euren Reisen seid. Äh, ein Bedroll, also ein Schlafsack im Endeffekt, so ein Schlaf-Setup einfach, damit ihr eben auf euren Wegen es euch auch bequem machen könnt, wenn ihr durch den Wald spaziert und es doch mal später wird. Zwei Kostüme sind drin, auch da seid ihr frei, was für welche, das ihr nehmt. Hier auch am besten wieder mit eurem Dungeon Master sprechen, welche Möglichkeiten es er euch bietet, beziehungsweise was ihr euch vorstellt, damit ihr euch da eben einig werden könnt. Ein paar Kerzen, immer gut, wenn es dunkel ist, je nach Rasse seht ihr halt nichts. Und Tagesrationen, fünf Stück sind da drin, damit ihr auch nicht verhungert. Ein Wasserschlauch und ein sogenanntes Disguise-Kit, also im Endeffekt ein, ja, Schminkkoffer kann man sagen. Ein ganz großer Schminkkoffer, ja. Genau, mit dem man sich eben schminken kann, damit man aussieht wie andere, also sich eben, ja, tarnen. Also ich stelle mir da schon Perücken mit drin vor und was weiß ich alles. Genau, so Sachen. Jo, das ist im Entertainers-Pack drin. Er kriegt kein Seil, Leute. Überlegt euch das. Er hat ein langes Seil, das reicht. Wenn's denn erst. Weiter geht's. Okay. Ich sag doch, die Folge wird cringe. Ich distanziere mich von dieser Aussage. Nicht abschalten. Okay, er darf sich außerdem entscheiden, ob er eine Laute bekommt oder irgendein anderes Musikinstrument. Das finde ich, um ehrlich zu sein, super, wie das ausgeführt ist, gell? Ja, ich find's auch lustig. Jetzt kannst du Laute nehmen oder was anderes. Ja, das ist so, ist besser als, such dir ein Musikinstrument aus. Nee, eigentlich nicht. Man hat die Wahl, man hat die Wahl. Aber gut. Okay, was gibt's noch? Eine Rüstung natürlich. Ich mein, was wäre man als, äh, abenteuerlicher Bade ohne seine Lederrüstung? Oh ja, die Lederrüstung. Ja, und zu guter Letzt noch ein Daggerleinchen, ein kleiner Dolch. Ja, man weiß ja nicht, was nachts in den Gassen, wenn man dementsprechend nach Hause geht, noch auf einen wartet. Mhm, true, true. Aber auch das hier, im Endeffekt alles, was ihr am Anfang bekommt, um als Bade aktiv zu werden. So, jetzt wäre natürlich interessant, okay, was kann ich denn jetzt als Bade? Was kann er denn, Dennis, in Level 1? Tja, generell kriegt er erstmal Spellcasting, also er kann zauberwirken. Ähm, da gehen wir jetzt nicht wirklich näher drauf ein. Ähm, es gibt, also euer Charisma-Modifier ist später das, was wichtig ist für eure Spells. Ähm, ja, aber es gibt jetzt nicht wirklich einen Rundumschlag, was es alles an Spells für den Barden gibt. Das kommt alles später. Aber ja, das, das bekommt er auf jeden Fall. Er kann zauberwirken. Mhm, schon mal gut. So, was kann er noch? Er kriegt Bardic Inspiration, also heißt, er kann seine, seine Mitmenschen inspirieren. Entweder durch Musik oder durch Worte, die er verkündet, um eben seinen Companions Mut zuzusprechen, etc. pp. Der Bade hat einen Bardic Inspiration Die, also Würfel. Ist ein D6 im Endeffekt. Ähm, mit Level 1 kann er eben Bardic Inspiration wirken und somit andere beflügeln bei dem, was sie tun. Innerhalb der nächsten 10 Minuten können die dann diesen D6 würfeln auf jeden Ability Check, auf jeden Attack Roll oder Saving Throw. Also eben einmal, aber sich eben aussuchen für eins dieser drei Dinge, die man macht. Das Besondere daran ist, dass man sich tatsächlich auch erst nach seinem Wurf entscheiden kann. Bei vielen anderen Funktionen oder Fähigkeiten ist es so, ich muss vorher ansagen, ob ich es machen will oder nicht. Hier kann ich erst meinen D20 würfeln, kann dann entscheiden, oh, das ist mir ein bisschen zu wenig. Und dann meinen Bardic Inspiration Die eben benutzen, um noch einen D6 drauf zu würfeln. Ganz cool. Wichtig ist hier halt, ähm, auch für die DMs, ab dem Barden in der Gruppe, beziehungsweise benutzt er sein Bardic Inspiration öfters, ähm, lasst die Spieler erstmal denken, bevor ihr sagt, das ist so oder so. Ja. Denn, ja, es muss halt vor eurer Entscheidung nachher stehen. Richtig. Ansonsten müsst ihr ganz ehrlich, also so handhabe ich es, wenn ich halt merke, okay, ja, jetzt war ich ein bisschen zu schnell, ja, dann gäbe ich ihm halt die Möglichkeit, trotzdem noch seinen D6 zu würfeln. Und gut ist, äh, ich kann ihn nicht für meine Verfehlungen bestrafen, sehe ich zumindest so. Jo, ist richtig. Deshalb, genau. Ne, was dazu noch kommt, 10 Minuten ist das Ding nur haltbar. Das heißt, im Kampf wird es jetzt halt nicht ganz so extrem sein, dass es verfliegt. Aber man kann sie halt nicht jedem in der Gruppe geben und dann halt abwarten, bis was kommt. True. Sondern, ja, nach 10 Minuten verfliegt diese Bardic Inspiration dann. Genau. Die Frage ist natürlich auch, wie oft kann ich sowas? Also prinzipiell, ähm, kommt es da auf euren Charisma-Modifier an. Denn es hat es vorhin schon erwähnt, Charisma ist auch euer Spellcast-Modifier. Und auch da eben, wenn ihr ein Plus-Drei-Beispielhaft auf Charisma habt, könntet ihr eben dreimal Bardic Inspiration wirken. Das Ganze, ähm, regaint sich wieder, also stellt sich wieder her, wenn ihr eine kurze oder lange Rast hinter euch gebracht habt. Nur bei einer langen Rast, Thomas. Oh, Verzeihung, hab mich verlesen. Stimmt, nach einer langen Rast. Das mit der kurzen Rast, das kommt später. Ja. Das kriegt nämlich jemand extra. Gut. Kriegt nicht jeder Bardic. Nicht jeder Bardic, ist wahr. Ähm, und was wir noch erwähnen müssen ist, wir haben jetzt gesagt, das ist ein D6. Das erhöht sich auch mit der Zeit. Nämlich mit dem Level 5 geht es auf ein D8 hoch, Level 10 auf ein D10 und Level 15 auf einen D12. Also am Ende könnt ihr bis zu plus 12 euren Companions geben auf eben Ability-Checks und ähnliches. Hm? Ganz cool. Und hier, lasst euch, lasst wirklich euer Fantasie freien Lauf. Egal was kommt. Wenn ihr eure Mama-Witze machen wollt, dann macht eure Mama-Witze, indem ihr, keine Ahnung, Forrest Gump nachher zitiert und eure Kollegen hochheilt oder sowas. Was weiß ich. Meine Mama hat immer gesagt, hau fester zu als dein Gegner. Zum Beispiel. Wenn es da nicht funktioniert hat, dann schreit halt hinterher, Lauf, Forrest, Lauf. Geht auch. Bitte steinigt mich nicht für die heutige Folge. Ja, ja. Kriegen wir hin. Okay. Ja, was er auf Level 2 bekommt. Level 1 war das schon durch. Okay. Cool. Krass. Level 2. Das ist richtig. Er bekommt Jack of all Traits. Bedeutet, alles wo er nicht proficient drin ist, bekommt er seine Hälfte am Proficiency-Bonus obendrauf. Das heißt, er hat im Prinzip keinen schlechten Skill, was wirklich, wirklich, wirklich stark ist. Ja, vor allem, wenn wir halt die Level hochgehen und wir irgendwann sehen, okay, unser Proficiency-Modifier ist halt, keine Ahnung, bei Level 10 auf plus 4 zum Beispiel. Ja, dann kriegt er halt, wie du schon sagst, auf alles, wo er nicht proficient ist, trotzdem noch plus 2. Ja. Das ist halt schon geil. Also, es ist wirklich cool. Wichtig ist hier, wie es Thomas gerade gesagt hat, bei Level 10 wären es jetzt 4, das heißt nur 2. Wäre er jetzt halt mit einem höheren Level nur, also bei 5 Proficiency-Bonus, dann wären es trotzdem nur 2, weil wir hier Runde runden müssen. Genau, Thema Runden, können wir mal kurz hier anführen, haben wir sowieso noch nicht besprochen. Runden könnt ihr ja selber entscheiden, ob ihr hoch- oder abrundet. Wie in dem Fall steht es allerdings explizit dabei, wie der Dennis schon sagt, dass man abrunden muss. Also, da hat man an sich keine freie Entscheidung. Außer ihr habt einen coolen DM, der sagt, ja, macht halt mehr. Hausregeln gehen immer. Waaay! So, was gibt es noch mit Level 2? Song of Rest. Das Lied der Müll. Ja. Schöne Sache. Und zwar, könnt ihr, während eure Companions und ihr eine kurze Rast einlegt, euch vielleicht entspannt am Lagerfeuer die Beine ausstreckt oder ähnliches, vielleicht ein kleines Liedchen trellern oder so. Geschichte erzählen. Geschichte erzählen, genau, so Sachen. Oder Witze erzählen. Geht auch, stand vielleicht nicht so entspannend, aber zumindest lustig. Von dem her passt auch da. Dann können eure Companions mehr Hit-Dice regenerieren. Das ist ganz cool. Ja, ist wirklich cool. In unserem Fall, also mit Level 2 ist es ein D6. Mhm. Mit Level 9 D8, mit Level 13 D10 und mit Level 17 D12. Genau, also auch ganz cool. Und ist nicht ohne. Also, gerade für die ersten Level ist das wirklich viel HP, was man da sich einspart, was auch die Heiler oder sowas entlasten kann. Ja. Nee, also der Song of Rast ist ein cooles Gimmick und ist auch cool zum Roleplayen, finde ich. Das ist aber der Bade generell. Zum Roleplayen, Bade. Roleplay, Bade. Ach, hat man das nicht gehört? Nein. Okay, ich habe gerade einen Kuss ins Mikro gemacht. Hat man nicht gehört. Den hat es wohl rausgenommen. Okay. Tja, ja, Bade, Maschallah. Okay, gut, Song of Rast. Also die Folge heute, Mann, was ist los? Das ist ultra gut, Mann. Super, ja, wir werden sehen. Gut, mit Level 3 wäre dann das Nächste. Mit Level 3 kann man sich dann für einen Pfad oder beim Baden eher für ein Baden College entscheiden. Wie beim Barbar haben wir uns dafür entschieden, dass wir die Colleges am Ende anbringen. Und jetzt erst mal so dieses Zeug durchgehen, was der Bade eben standardmäßig bekommt. Was wäre das denn mit Level 3 noch, Dennis? Die Expertise. Expertise. Ähm, ja, also ihr könnt euch zwei Skills raussuchen, in denen ihr schon geübt drin seid. Und einfach sagen, ja, da bin ich jetzt halt doppelt so gut drin. Und einfach doppelt euren Proficiency-Bonus da oben drauf rechnen. Also wenn ihr sagt, ihr seid ultra sneaky, weil ihr so oft abends dementsprechend aus dem Zimmer gehuscht seid. Wie die Klischees. Dann seid ihr da halt. Natürlich. Es ist der Bade. Bei wem denn sonst? Ja, ja. Seduce the Dragon. Do it. Ja, ja. Yes, sir. Nee. Ich meine, am Ende des Tages müssen wir sowieso sagen, dass man den Parler bitte als Multiklass mit dazu nehmen sollte. Aber dazu informiert euch im Internet. Richtig, tut das. Auf Level 10 gibt es noch weitere zwei Skill-Proficiencies. Das heißt, am Ende des Tages habt ihr halt wirklich vier Sachen, wo ihr doppelt Proficiency drauf rechnen könnt. Ja, es ist mächtig. Ja, man sieht halt wieder. Also der Bade ist zwar so großteils der Poser, aber halt gerade durch seinen Jaguar-Fall-Trades und seinen Expertise halt auch schon ein bisschen Poser mit Hintergrund. Also nicht alles, was er so behauptet, von sich ist gelogen. Manche Sachen kann er tatsächlich sehr cool mit Expertise. Er kann halt große Klappe haben und bei manchen Dingen hat er noch Riesenfresse und es ist was dahinter. Ja, ist wahr, ist wahr. Ja, aber das war Level 3. Hm, das war. Level 4 ist recht easy. Level 4 kriegt er ein Ability-Score-Improvement. Auch das haben wir beim Barbaren schon besprochen. Wir gehen es deshalb noch ganz kurz an. Ihr könnt entweder zwei Abilities um 1, eine Ability um 2 erhöhen oder euch für ein Feed entscheiden. Genau. Und auch hier, wie bei allen anderen Klassen, über 20 geht leider noch nichts. Ja. Level 5. Das nächste. Level 5. Font of Inspiration. Oh, dann kriegt es doch jeder Bade. Also ab Level 5 könnte diese Bardic-Inspiration oder refresht sich diese Bardic-Inspiration nach einem kurzen und langen Rast. Richtig. Also dann stimmt das, was ich vorhin gesagt habe. Ja, aber erst auf Level 5. Meine Mama hat immer gesagt, man soll nicht vorgreifen. Den Tag nicht vor dem Abendloof. Es tut mir jetzt schon leid für alle, die sich denken, Alter, was labern die für einen Müll raus. Es wird wieder besser. Es ist nur, weil es der Bade ist. Es tut mir leid. Ja, so ist das. Okay. Es gibt jetzt nicht so viel, wie beim Barbaren zum Beispiel. Das liegt aber daran, dass halt die ganzen Spears-Lots und so Zeug eigentlich noch mit dazukommt, wenn ihr dann hochlevelt. Gehen wir nachher ganz kurz, glaube ich, drauf ein, oder Thomas? Ja, ganz kurz aufs Zaubern. Großes Zauberthema machen wir dann, wenn wir zu den Zaubern kommen. Aber so ganz kurz gehen wir natürlich auch hier drauf ein. Gut. Dass der Bardic-Inspiration-Die hochgeht, müssen wir noch kurz erwähnen, haben wir zwar schon gesagt. Aber damit wir bei Level 5 kurz bleiben, hier wäre der Punkt, wo er dann eben auf den D8 hochgeht. Genau. Level 6. Counter-Charm. Das ist cool. Ja, Level 6 ist halt mehr oder weniger so, deine Allies davon überzeugen, dass sie halt nicht irgendwie verzaubert sind oder abgelenkt sind, richtig? Richtig. Also prinzipiell Leute bezaubern, also charmen oder Leuten Angst einjagen, haben wir ja schon mal besprochen gehabt, ganz kurz. Als Barde habt ihr halt mit Level 6 die Möglichkeit, dem Ganzen entgegenzuwirken. Und das ist halt schon ganz cool. Also eure Allies, die 30 Fuß in der Nähe bei euch sind, haben Advantage auf die Saving Throws gegen Frightened und Charmed. Das ist ganz schick. Natürlich müssen die euch hören dafür, damit ihr denen auch sagen könnt, hey, ihr seid voll gut. Oder so. Oder wir machen wieder, meine Mama hat gesagt, du brauchst keine Angst haben, auch nicht vor dem großen fetten Typen da vorne. Oder so. Thomas, jetzt sind wir auf allen Wellenlängen. Ja, aber ich weiß nicht, ob ich das gut finden kann. Oh, die Folge geht so weiter, Leute. Nice, nice. Ach Gott. Jo, und mit Level 6 gibt es noch ein Barton College Feature dazu, aber wie bereits erwähnt, auf die Colleges gehen wir später ein. Ja, dann kommt erstmal eine ganze Zeit lang Sachen, die wir schon erwähnt haben, die sich dann dementsprechend erhöhen. Was Neues gibt es mit Level 10? Magical Secrets. Thomas, hau mal raus. Magical Secrets. Ja, das ist auch eine coole Sache. An sich gibt es ja für jede Zaubernde Klasse, das wird jetzt ein bisschen vorgegriffen, eine Liste zwischen welchen Zaubern, dass sich die Klasse eben entscheiden kann. Also welche Zauber ich da raussuchen kann. Als Barde habe ich die Möglichkeit, so ein bisschen in die Zauber von anderen Klassen reinzusneaken. In dem Fall kann ich eben mit Level 10 mir zwei Zauber von einer anderen Zauberklasse raussuchen. Natürlich muss ich da oder müssen es Zauber sein, die ich wirken kann. Jo, aber an sich kann ich dann eben bei anderen Klassen stibitzen. Ich kann sagen, vom Wizard klaue ich mir ein bisschen was oder ich sage, okay, vom Ranger klaue ich mir zwei Spells. Solche Geschichten. Ja, es ist halt mehr oder weniger so ein bisschen gerowplayt. Der Barde, alles was er so hört und sieht und so Zeug, das schreibt er sich auf, nimmt es einfach in seinem Kopf mit und kann halt dadurch von anderen lernen. Richtig. Bietet tatsächlich eine große Varianz dann auch, was gerade auch das Roleplay angeht, je nachdem was für Zauber, dass ihr euch dann zieht von anderen Klassen. Könnt ihr da schon eine recht vielfältige Breite euch aneignen, was so Spezialisierungen, deutsch, angeht und in welche Richtung das ihr gehen möchtet. Was auch das Schöne ist, weil Feeds sagen dann meistens, ja, das ist zum Beispiel ein Wizard Spell, dann musst du dein Int mit draufrechnen. Es wird zu einem Barden Spell, wenn ihr das da auswählt und könnt somit eure Charisma da oben draufrechnen, was euch halt wirklich zugutekommt. Ihr müsst euch nicht so breit fächern mit den Stats, damit Sachen gut sind. Und auch hier, mit Level 14 gibt es weitere zwei Spells von anderen Klassen und mit Level 18 gibt es nochmal zwei. Also insgesamt sechs Spells und das ist wirklich, also auch wieder so ein Jack of all Trades. Übel halt, übel. Also ich habe leider das Pech gehabt, dass mein Barden, den wir mal beide hatten, wir haben zusammen mal beide Barden gespielt, nie so hoch kamen vom Level. Also Level 5 hatten wir auf jeden Fall mal. Ich weiß gar nicht, wie hoch wir waren. Aber leider nicht so hoch. Aber schon die waren recht cool. Ja, wir haben ja mal gute Buller, äh, böser Buller, noch bösere Buller gespielt. Guter Buller, böser Buller, ja. Ja, Mann. Richtig. Ja, aber war auf jeden Fall lustig. Dann gibt es tatsächlich für den Barden recht lang nichts Neues mehr. Also klar, er kriegt noch ein paar College Features, sein Bardic Inspiration Würfel geht hoch, ein paar Ability Score Improvements. Dieser Song of Rest geht ja immer wieder hoch, das haben wir schon gesagt. Aber sonst gibt, korrigiere mich, bis Level 20 ist eigentlich nichts Neues mehr. Nein, also nichts, was außer den Colleges nachher kommt. Mit Level 20 gibt es halt Bardic Inspiration, dass wenn ihr in einen Kampf reingeht und keine Bardic Inspiration mehr übrig habt, bekommt ihr halt einfach so eine, weil es ist jetzt ein Kampf. Wir haben jetzt Bardic Inspiration. Genau, Superior Inspiration heißt das Ganze. Und da kriegt ihr das dann eben zurück. Auch ganz cool. Und dann könnt ihr das nutzen. Ja, ich muss sagen, für den Level 20er ist es ein bisschen meh. Ja, aber ganz ehrlich, also ja, gebe ich dir recht, da gibt es coolere Level 20 Fähigkeiten, aber ich finde halt, der Barde kriegt über den Verlauf so viel ultra cooles Zeug. Ja. Da wäre es halt jetzt OP, ihm zu sagen, ja, mit Level 20 kriegst du jetzt nochmal irgendwas, was einfach saukrass ist. Komm, er ist basically ein Gott. Ja, okay. Aber das ist ja halt basically vorher schon. Er behauptet es zumindest. True. True. Okay. Egal. Dann gucken wir mal, welche Colleges es gibt. In welchen fangen wir dann an? College of Law. College of Law. College der Überlieferungen. 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 Was ist denn das College of Law? Wenn du genau wissen willst, was ich meine. Ja. College of Law ist so der Pfad, der ein Bade nimmt, wenn er mehr zaubern möchte, würde ich mal sagen. Absolut. Mehr seine Worte und seine Sprache benutzt. Ja. Ja. Sehr gut. Was kriegt er da dann dazu? Ja gut. Er gibt Bonus Proficiencies mit Level 3. Drei weitere Skills. Also, ja, er kann sich halt dementsprechend noch weiter ausbilden lassen. Oder wird ausgebildet, sich selber aus. Ja, er klaut sich es halt von überall so ein bisschen her. Wie du vorhin schon gemeint hast. Ich meine, der Bade nimmt halt alles auf, zieht es sich auf. In dem Fall, natürlich geht er auf den College, deshalb wird er auch ausgebildet. Aber, ja, wo er es jetzt herbekommt, bleibt ja euch überlassen, realistisch betrachtet. Es ist halt der, der Sachen dementsprechend recht schnell lernt. Also, da werdet ihr mit den nächsten Skills auch mitbekommen, was er da noch kriegt. Jetzt falle ich dir direkt ins Wort, gell? Und mach mal Cutting Words. Nein. Meine Mama hat immer gesagt. Was? Jetzt musst du auch kommen. Was hat deine Mama gesagt? Nein, du bist mir ins Wort gefallen. Ah, okay, gut. Das hat deine Mama gesagt. Spannend. Nein, Spaß beiseite. Cutting Words. Also, im Endeffekt, anderen ins Wort fallen, wenn man es grob sieht. Er hat halt die Möglichkeit, durch sein Tun, durch seine Worte und was weiß ich, andere zu verwirren. Andere aus dem Konzept zu bringen, würde ich mal sagen. Nämlich, wenn die einen Attack-Role, einen Ability-Check oder einen Damage-Role machen, hat er durch die Fähigkeit Cutting Words die Möglichkeit, seinen Bardic-Inspiration-Dye zu würfeln und die Zahl von dem Gewürfelten abzuziehen. Heißt also, Gegner greift euch an mit einem Attack-Role, sagen wir mal, würfelt eine 14. Die würde jetzt treffen, weil ihr ja nicht so die ordentliche Rüstung anhabt. Habt ihr jetzt die Möglichkeit, einen Hit-Dye zu würfeln, also einen Bardic-Inspiration-Dye, nicht Hit-Dye zu würfeln und die Zahl davon abzuziehen. Somit trifft er nicht mehr. Genau. Ja, ist cool. Wichtig ist, dein Gegner darf halt nicht immun sein gegen Chumpt. Das war. Also, ja, ansonsten bringt das halt nichts. Aber, keine Ahnung, ob ich das tatsächlich so durchziehen würde. Wenn jetzt jemand mit dem Finger hinter meinen Rücken zeigt und sagt, guck mal da, würde ich das als Cutting Words durchgehen lassen ohne Spaß. Ja, es kommt jetzt halt auf den Gegner an. Ich meine, wer ist denn immun gegen Being Charmed? So ein, so ein... Elfen, oder? Gut, da würde ich es durchgehen lassen. Hätten Sie nur gegen Sleep. Boah, keine Ahnung. So ein Drache doch bestimmt. Nee. Ne? Glaube nicht. I don't know. Ich glaube, das sind relativ dumme Sachen. Sowas wie ein Skelett oder sowas. Echt? Okay. Das halt einfach nur seine Fressphase hat und auf dich zukommt. Da würde ich es vielleicht auch nicht machen. Kommt drauf an, wie ich das Skelett spiele. Wenn es tatsächlich so ein... Vorsicht, hinter euch! ...so ein Zombie-Skelett ist, also so ein, ich bin nur noch voll auf Essen und voll auf Hunger, dann würde ich es wahrscheinlich auch nicht gelten lassen. Ja, kommt immer drauf an. Dann auch das, ganz ehrlich, diese ganzen Player-Sandbook-Regeln. Es ist ein Grundgerüst, was euch an die Hand gegeben wird. Ihr könnt alles ein bisschen anders ausleben. Gerade als DM, ey, wenn ihr sagt, aber meine Story passt, das ist gerade gut, dass es trotzdem geht und ich finde lustig, was er sich überlegt hat. Ja, dann erlaube ich es halt. Ich meine, es ist wichtig, dass ihr oft mit euren Spielern redet. Ich erwähne dann immer, dass Entscheidungen nicht unbedingt Präzedenzfalle schaffen. Also nur, weil ich es diesmal als gut erachtet habe, heißt er, dass ich es immer durchgehen lasse. Je nachdem halt, ich meine, grundsätzlich muss es schon so sein. Aber ja, gut. Das war's, was er mit Level 3 kriegt, ne? Ja. Level 6, Additional Magical Secrets. Er bekommt noch mehr Zauber von anderen Klassen. Ja, das war's. Wow, du kannst das zaubern, ich kann das jetzt auch. Du kannst das zaubern, ich kann das jetzt auch. Du kannst das nicht zaubern, ich kann das trotzdem. So, ja. Ja, realistisch betrachtet, ich meine, wir haben vorhin ja schon Magical Secrets durchgesprochen. Jetzt gibt's halt nochmal das ganze Additional. Also noch mehr. Weitere zwei Stück. Ja. So, dann gibt's aber auch wieder ganz lang nichts. Bis Level 14, ne? Bis Level 14. Bis Level 14. Da kriegt er... Peerless Skill. Peerless Skill, genau. Wenn ihr einen Ability Check macht, könnt ihr auch hier wieder einen Bardic Inspiration Die verbrauchen und da eben diesen Wert auf euren eigenen Ability Check oben drauf packen. Also bis jetzt war es so, dass diese Bardic Inspiration ja nur verteilt werden konnte und nicht für euch selber benutzt. Richtig. Das könnt ihr jetzt mit Level 14, könnt ihr euch selber inspirieren. Könnt ihr euch selber sagen, ich bin der Beste, ich kann das. Und dann klappt's vielleicht auch. Was hat meine Mama immer gesagt? Meine Mama hat immer gesagt, ich glaube an dich selbst, denn sonst tut's keiner. Der war tatsächlich nicht schlecht. Ja, gell. Ich fand auch. Jo. Aber das im Endeffekt schon die Fähigkeiten, die unser Barde durch sein tolles erstes Baden College, das College of Law, bekommt. Kommen wir zum nächsten College. Mhm. Das College of Weller. College of Weller. Was heißt Wailer? Topferkeit. Weller. Topferkeit. Mannhaftigkeit. Dann macht das Ganze auch Sinn. Also das ist so mehr der Barde, der den früheren Helden nacheifert, der vielleicht als Kind mit einem Cape und einem Holzschwert durch die Gegend gerannt ist. Im Cape vor allem, ja. Ja, natürlich. Superman gab's früher auch schon. Ja, in meiner Welt nicht. Oder Darkman Duck. Den vielleicht. Siehst du? Gut, okay. Also, College of Weller, College der Tapferkeit. Auch da gibt's Bonus-Proficiencies, wie bei der anderen Geschichte nämlich auch. Wie wir ganz am Anfang schon angesprochen haben, normalerweise gibt's nur leichte Rüstungen. Da in dem Fall, weil er viel tapferer ist und deshalb auch ein bisschen mehr in der Frontlinie stehen will, eben auch ab und zu mal ein bisschen mehr auf die Nuss bekommt, bekommt er hier Proficiency mit Medium-Amor. Also eben mittlerer Rüstung schillt er auch noch dazu und damit er auch ein bisschen mehr austeilen kann, kann er jetzt nicht nur mit seinen Simple Weapons umgehen, sondern auch mit den Martial Weapons. Also eine Großachs kaufen Leute und daraus eine Gitarre machen. Was kriegt er noch? Combat Inspiration. Was ist jetzt Combat Inspiration, Dennis? Combat Inspiration. Ja, wir haben vorher gelernt, auf was das alles geht, diese Batik Inspiration. Wir können's jetzt sogar auf Attack Rolls drauf machen. Richtig? Ah, nein. Nee, auf den Damage. Auf Attack Rolls ging's ja schon. Richtig. Aber wir können's jetzt auf unsere AC drauf machen, wenn wir gehittet werden, beziehungsweise wenn uns versucht, jemand zu hitten. Und den Damage aber trotzdem. Uh, und den Damage. Krasser Scheiß. Genau, also entweder ihr könnt mehr austeilen oder dafür sorgen, dass ihr nicht einstecken müsst, also die anderen. Also es ist halt wirklich dieser Barde, der an der Frontlinie mit dran steht und wirklich dementsprechend mithilft, im Gegensatz zu dem anderen, der hinten einfach nur dumme Sprüche labert. Wie wenn ich beim Handwerken bin. Ja, genau, Thomas. Genau so. Dumme Sprüche labert und sagen, wie man's besser macht. Das kann ich machen. Aber mit Level 6, damit er halt auch vorne mitspielen kann, und zwar mit den Großen, kriegst du dann noch einen Extra-Attack. Wieder Baba. Ähm, ja, wenn ihr die Attack-Action benutzt, könnt ihr halt zweimal angreifen. Ja, ganz cool. Dadurch, dass er jetzt eh vorne steht und eben, wie du schon richtig festgestellt hast, mit seiner Axt drauf rumknüppelt, kann er jetzt halt nochmal knüppeln. Ja. Jo. Dann wird's aber lang wieder nichts. Auch hier wieder bis Level 14 nicht. Ja. Mit Level 14 kriegt er dann allerdings Battle-Magic. Battle-Magic. Genau. Also, was macht Battle-Magic? Prinzipiell sorgt Battle-Magic halt dafür, weil ihr zwischenzeitlich ja gewohnt seid, eben auch im Kampf entsprechend Magie zu wirken, dass ihr, wenn ihr eure Aktion benutzt, um einen Badenzauber zu wirken, ihr dann trotzdem noch als Bonus-Aktion mit eurer Waffe angreifen könnt. Geht normalerweise nicht, weil normalerweise wäre eben die Aktion verbraucht mit eurem Zauber. Dann als Bonus-Aktion könnt ihr mit einer normalen Waffe eben nicht angreifen. Durch Battle-Magic geht das. Mega cool. Jo. Kann man so feststellen. Gut. Meine Mama hat immer gesagt, Battle-Magic. Was deine Mama nicht alles sagt. Oh ja, meine Mama sagt viel. Das scheint so. Okay, jetzt haben wir geklärt, was gibt es bei den zwei Colleges. Natürlich sind auch hier, das sind in dem Fall nicht alle Colleges, die es gibt für den Barden. Es gibt noch diverse mehr, aber das wären die zwei, die ihr eben im Players-Handbook findet. Für alle weiteren müsstet ihr andere Literatur zurate ziehen. Jetzt haben wir einen großen Teil, den den Barden aber ausmacht, beiseite gelassen. Das Zaubern. Genau. Genau. Also generell, zum Zaubern selber sind wir, glaube ich, noch nie wirklich gekommen. Mhm. Jedenfalls nicht zum Erklären. Für alle, die gerne zaubern möchten. Es gibt so bekannte Zaubertricks. Davon wird am Anfang gesagt, wie viele ihr davon kennt und da könnt ihr euch welche raussuchen. Und das steigt mit der Zeit. Und diese Zaubertricks könnt ihr jederzeit und ständig wirken. Ja. Die sind halt dementsprechend nicht so stark. True. Der Barden kriegt einen recht coolen. Und ich glaube, nur der Barden kriegt diesen. Kriegt mehrere recht coole. Ja, aber das ist Vicious Mockery. Mhm. Der macht psychischen Schaden. Und ich liebe es, wenn man deine Mama-Witze damit erzählt. Macht einfach Fun. Ja. Der beleidigt halt Leute und die kriegen Damage dadurch. Und wenn du Leute damit tötest, ist das so lustig, wenn sie vor Scham sterben oder sowas. Ja, hat schon was. Also es macht nicht so viel Damage, aber dafür, dass ihr es immer wieder könnt, ist dann doch eine recht lustige Sache. Mit Level 1 fangt ihr damit zwei Cantrips an. Also Cantrips, das höchste, was ihr erreichen könnt, ist mit Level 10, das sind vier Cantrips. Das nächste, die Zauber. Die richtigen Zauber. Zauber werden gezaubert, indem man bestimmte Slots verwendet. Je höher der Slot, desto mächtiger der Zauber und natürlich kriegt man den mächtigsten Zauber nicht am Anfang, sondern man fängt mit Level 1 an. Ja, das geht dann halt dementsprechend hoch bis Level 9. Ja, Level 9 sind dann schon so diese Ultra-Imba-Zauber, um das mal so zu sagen. Deshalb hat man davon dann auch nur einen, den man wirken kann, weil es halt wirklich ansonsten zu krass wären. Und eben dann geht's Level für Level, werden die immer ein bisschen schwächer. Aber wie genau das funktioniert und wann ich welchen Spell-Slot nutzen kann, etc. pp. Da kommen wir dann dazu, wenn wir beim Thema Zaubern sind. Wir wollen beim Baden jetzt eben nur mal ein, zwei Beispiele bringen, damit ihr mal gehört habt, okay, was kann der denn so? Damit ihr eben auch da mal so einen kleinen Einblick habt in die Welt der Zauberei des Barden. Hast du denn irgendeinen Zauber von Baden, wo du sagst, das ist so dein Baden geht immer Ding? Vicious Mockery. Außer Vicious Mockery, das ist kein Zauber, das ist ein Zaubertrick. Ja, aus dem Grund, also der Barde, das ist so ein Zwischending zwischen Heiler und Damage-Dealer. Und er ist mit einer, der Healing Word bekommt. Healing Word ist ein Bonus-Zauber, der gleichzeitig halt heilt und das nicht so wenig. True? Das ist eigentlich so das Go-To, was ich nehme, um halt dementsprechend auch Heiler zu entlasten, beziehungsweise andere Leute, die zaubern können, können es halt nicht auswählen. Von daher, ja. Okay. Das ist so das, was ich nehme. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Gut, ja, jetzt muss ich mir auch einen raussuchen, wenn ich dich schon frage. Selbstverständlich. Hätte ich hier nicht weggehen lassen. Schwer, schwer, schwer. Also den, den ich habe, ist jetzt nicht so der nur der Barde kann das. Aber ich finde, Leomounds Tiny hat einfach sehr lustig. Im Endeffekt ist das so, ihr, ihr, also zum einen dauert eine Weile. Das ist nicht so wie bei anderen Zaubern, dass er so instant da ist, sondern ihr braucht eine Minute, um das Ganze zu zaubern. Aber dann schafft ihr so eine Art Bubble, um euch oder um auch andere rum. Die hat so einen 10-Fuß-Radius. Und da kommt eben, ihr bestimmt am Anfang, wer raus und rein kann. Sonst kommt da halt nichts rein oder raus. Das Ding hält acht Stunden. Und ja, ist halt so ein kleiner, schützender Panzer. Finde ich schön. Ja. Das Ding hat ein bisschen Nachteil. Also zum einen, ihr seid zwar acht Stunden sicher vor fast allem, aber ihr seid halt auf einem Fleck. Große Privatsphäre hat man da nicht mehr. Der 10-Fuß natürlich ist keine Privatsphäre. Ja. Und die Bubble geht leider nicht durch den Boden. Das heißt, alles, was aus dem Boden kommt, kommt da durch. Ja. Aber wie viel kommt denn durch den Boden? Mach mir meinen Zauber nicht schlecht. Ich mag den. Ja, er ist tatsächlich nicht schlecht. Also, aber euer DM könnte halt sagen. Ja, klar. Ich meine, du kannst gegen jeden Zauber irgendwie vorgehen. So ist es ja nett. Ja, gut. Ich meine, wenn du dem DM zu sehr auf den Sack gehst mit irgendwelchen Sachen. Aber das ist ja auch nicht das Ziel in der ganzen Geschichte. Aber es ist halt schon cool. Gerade wenn du in irgendeiner Area auch bist, wo es ein bisschen gefährlich ist und so weiter. Kannst du ja dadurch einfach so einen kurzen Rückzugspunkt schaffen, der acht Stunden hält. Das ist ganz cool. Ja. Also für die anderen auf jeden Fall dann mega sinnvoll, dass man da halt wirklich eine lange Rast machen kann. Jo, aber das sind ein paar Beispiele für die Zauber, die wir beim Baden ganz cool finden. Was man vielleicht noch erwähnen sollte, Zauber, die ihr kennt. Am Anfang ist es beim Baden 4, beziehungsweise später auf 20 wären es 22 Zauber. Bei anderen Klassen ist das anders oder kann anders sein. Da wird das berechnet mit, beispielsweise beim Wizard wird es mit Intelligenz berechnet. Hier wird euch vorgeschrieben, wie viel Zauber ihr könnt. Das ist nicht immer so. Ja, richtig. Aber ja. Aber das war es dann eigentlich auch schon, was so der Bade alles kann, wenn man sich auf den Baden aus dem Play-As-Handbook beschränkt. Thomas, was hat denn deine Mama gesagt, wo man uns so finden kann? Meine Mama, meine Mama sagt, guckst du auf Instagram, findest du Dungeon Talk. Meine Mama hat ja gesagt, guckst du auf Twitter, findest du Dungeon Talk. Aber meine Mama hat viel mehr Recht. Die hat nämlich gesagt, guckst du auf YouTube, findest du Dungeon Talk auch. Uh. Ja. Dann hat deine Mama tatsächlich mehr Recht, ja. Tja, da guckst du an. Was nicht heißt, dass deine nicht Unrecht hat. Das ist wahr. Ja, es war. Darum sagen unsere Mütter jetzt, bis denn. Bis in die nächste Woche. Bis zur nächsten Folge, die hoffentlich nicht so wird. Ciao.